Hallo Leute, ich komme in ihren Auftrag von dem Niki und möchte euch was zeigen. Das ist hier bei den Gleisen repariert und da gibt es einen Zug, der die neue Ersatzgleise bringt. Und das möchte ich ihnen mal schnell zeigen. Der ist dann ziemlich lang. Da stehen die Menschen. Und das möchte ich ihnen mal zeigen. Und da läuft die ganze Zeit auch Sirene. Und schon lang. Und da vorne kommt schon auch noch was. Das ist ganz interessant. Weil das man nicht jeden Tag sieht. Und das möchte ich euch von der Ampel ist zu. Also man kann überhaupt nicht durchfahren. Okay, Leute. Gut. Tschüss, bis später.